Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Emotional birgt der heutige Tag ein großes Potenzial für dich, wieder, also mach das Beste daraus und lass dieses Vertrauen nicht ungenutzt verstreichen. Nutze diese positive Energie, indem du mit deinem Schatz Aktivitäten unternimmst, die die Romantik fördern und eure Beziehung vertiefen. Dein inneres Licht leuchtet hell, und du hast die Kraft, anderen den Weg zu erleuchten. Biete jemandem, der in Not ist, ein offenes Ohr und eine tröstende Schulter, denn deine mitfühlende Präsenz wird die Menschen zu dir ziehen wie Stahl zu einem Magneten. Während der Aspekt des Tages dir das Selbstvertrauen gibt, Aufgaben anzugehen und Ziele zu erreichen, könntest du auch einen Hauch von Unsicherheit spüren, wenn es um deine engen Beziehungen geht. Es ist wichtig zu erkennen, dass du nicht alle richtigen Antworten oder Lösungen haben musst. Dieses Gefühl der Sorge kann durch den Einfluss dieses Transits entstehen. Konzentriere dich stattdessen darauf, mit deinen Gefühlen präsent zu sein und erlaube dir, deine Gefühle auszudrücken, ohne dich um die richtigen Worte zu sorgen. Es ist wichtig, dass du dich auch um dein körperliches Wohlbefinden kümmerst und sicherstellst, dass du dich so viel bewegst, wie dein Körper braucht. Wenn du deine körperliche Aktivität vernachlässigst, kann das zu erhöhter Frustration führen, daher wird dein Blut mit Sauerstoff angereichert und deine Laune verbessert. Achte auf die kleinen Gelegenheiten, die sich dir heute bieten, denn sie haben das Potenzial, sich zu großen Chancen zu entwickeln, wenn du bereit bist, dich dafür einzusetzen und sie zu fördern. Nimm eine scheinbar unbedeutende Idee und gib dir Mühe, sie zu erweitern und in etwas Bedeutendes zu verwandeln. Auf diese Weise kannst du erleben, wie sich ein kleiner Geldbetrag in eine größere Summe verwandelt. Denke daran, dass Wachstum Hingabe und Ausdauer erfordert. Die derzeitige Ausrichtung der Planeten kann eine besondere Herausforderung in deiner Beziehung ans Tageslicht bringen. Du wirst jedoch feststellen, dass dies entgegen dem ersten Anschein eher eine positive als eine negative Entwicklung ist. Wenn du dich mit den zugrunde liegenden Problemen auseinandersetzt, die du bisher vermieden oder unter den Teppich gekehrt hast, wird sich deine Beziehung erleichtern und verbessern. Nimm die Gelegenheit zum Wachstum und zur Lösung wahr, denn du weißt, dass du dich danach viel besser und verbundener fühlen wirst. Sonne und Uranus bilden heute einen Aspekt zueinander und läuten eine Zeit der emotionalen Befreiung und der Bereitschaft ein, aus unserer Komfortzone herauszutreten. Wir legen unsere üblichen zärtlichen Reaktionen auf neue Erfahrungen ab und lassen uns auf das aufregende Leben an der Grenze ein. Diese Ausrichtung kann Türen zu neuen Abenteuern, unerwarteten Bündnissen und Möglichkeiten öffnen, mit denen wir vielleicht nie gerechnet hätten. Mach dir diese aufregende Energie zu eigen und sei offen für die Möglichkeiten, die vor dir liegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du das emotionale Selbstvertrauen, das du heute spürst, nutzen solltest, um deine Beziehungen zu bereichern und mehr Romantik in dein Leben zu bringen. Biete denjenigen, die es brauchen, Unterstützung und Verständnis an, denn deine mitfühlende Präsenz wird die Menschen auf natürliche Weise zu dir ziehen. Auch wenn du einige Unsicherheiten verspürst, solltest du dich darauf konzentrieren, deine Gefühle authentisch auszudrücken und dich körperlich zu betätigen, um einen positiven Ausblick zu bewahren. Achte auf kleine Chancen, die zu bedeutendem Wachstum führen können, und sei bereit, dich für ihre Entwicklung einzusetzen. Nimm die Herausforderungen in deiner aktuellen Beziehung an, denn sie bieten dir die Möglichkeit, dich positiv zu verändern. Und schließlich solltest du die befreiende Energie des Sonnen-Uranus-Aspekts annehmen und neue Abenteuer und unerwartete Bündnisse in deinem Leben willkommen heißen. Nun ziehen wir noch zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung ein. Die Karte Urteil verkörpert die Kraft der Selbstfindung, der Wiedergeburt und die Aufforderung, sich über Grenzen hinwegzusetzen. Sie zeigt Figuren, die sich aus ihren Gräbern erheben, einen Engel, der die Trompete bläst, und ein Banner, das die göttliche Offenbarung symbolisiert, das Erwachen unseres wahren Selbst und die transformative Energie, die damit einhergeht. Wenn die Karte, das Gericht, in einer Legung auftaucht, bedeutet das eine Zeit der Selbstreflexion, eine Bestandsaufnahme unseres Lebens und die Bereitschaft zur Veränderung. Heute ist ein Tag, an dem du auf den Ruf deines höheren Selbsthören, die Vergangenheit loslassen und dein Potenzial voll ausschöpfen kannst. Die Karte Urteil lädt dich ein, innezuhalten, über deinen bisherigen Weg nachzudenken und alle Urteile oder einschränkenden Glaubenssätze loszulassen, die dich zurückhalten. Sie erinnert dich daran, dass du die Macht hast, dein Leben zu verändern, Entscheidungen zu treffen, die mit deiner wahren Bestimmung übereinstimmen, und ein neues Kapitel des Wachstums und der Erfüllung zu beginnen. Heute leiten dich die Energien der Karte Urteil dazu an, die Kraft der Selbstakzeptanz und Vergebung zu nutzen. Erkenne die Lektionen der Vergangenheit, aber lass dich nicht von ihnen bestimmen. Es ist an der Zeit, dich von alten Mustern zu befreien, Schuld und Scham loszulassen und die transformative Energie anzunehmen, die mit deinem persönlichen Erwachen einhergeht. Denke daran, dass die Karte Urteil eine Zeit der Selbstreflexion, der Transformation und der Annahme deiner wahren Berufung bedeutet. Mach dir diese kraftvolle Energie zu eigen, denn du weißt, dass du tiefgreifendes Wachstum, Befreiung und Erfüllung erfahren kannst, wenn du dem Ruf deines Höheren Selbst folgst. Die Sechs der Schwerter verkörpert die Energie des Übergangs, der Heilung und des Aufbruchs zu neuen Horizonten. Ihr Bild zeigt ein Boot, das über ruhige Gewässer fährt und symbolisiert den Prozess, Schwierigkeiten hinter sich zu lassen und sich auf einen friedlicheren und harmonischeren Zustand zuzubewegen. Wenn die Sechs der Schwerter in einer Deutung auftaucht, bedeutet das eine Zeit des Übergangs und der Abkehr von herausfordernden Umständen. Heute ist ein Tag, an dem du dich auf den Heilungsprozess einlassen kannst und dir erlaubst, alles hinter dir zu lassen, was dir nicht mehr dient, und dich auf einer Reise zufrieden und Gelassenheit zu begeben. Die Sechs der Schwerter lädt dich ein, die Lasten der Vergangenheit loszulassen und dich für Heilung und Wachstum zu öffnen. Es ist eine Einladung, alte Muster, Glaubenssätze oder Beziehungen hinter dir zu lassen, die deinem Wohlbefinden nicht mehr zuträglich sind. Indem du dich auf diesen Übergang einlässt, schaffst du Raum für neue Anfänge und eine strahlende Zukunft. Heute leiten dich die Energien der Sechs der Schwerter in Richtung Heilung. Sie ermutigt dich zur Selbstreflexion, Selbstbeobachtung und zur Erkundung deiner Gefühlswelt. Nimm dir Zeit, deine Erfahrungen zu verarbeiten, deine Gefühle anzuerkennen und bei Bedarf Unterstützung zu suchen. Diese innere Arbeit wird dir helfen, den Übergang mit Klarheit und Anmut zu bewältigen. Denke daran, dass die Sechs der Schwerter eine Zeit des Übergangs, der Heilung und der Verkörperung neuer Horizonte bedeutet. Lass dich auf diese Energie ein, denn du weißt, dass du dich auf eine transformative Reise zu innerem Frieden und persönlichem Wachstum begeben kannst, wenn du die Vergangenheit loslässt, dich mit dir selbst auseinandersetzt und dir Unterstützung holst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald!